Was ist da los, Donnie? Keine Ahnung. Aber das sieht nicht gut aus. An die Waffen, Jungs! Wir haben Mitfahrer. Drück auf den Knopf. Auf welchen? Hier sind tausend Knöpfe. Was seid ihr? Superhelden? Nur vier Brüder, die Schlägertypen hassen. Und diese Stadt lieben. Überleg mal, das wird für euch nicht gut ausgehen. Wie heißt du? Casey Jones. Hi. Kurze Frage. Läuft da irgendwas zwischen euch, oder? Ich brauche ein paar Laufbursche. Na klar, das kriegen wir hin. Perfekt. Die Show kann losgehen. Cool. Der Irokese feiert Auferstehung. Sieht schweinegeil aus. Ihr Spasteln hier. Warum sind wir nicht bei den Turtles? Wenn was Schlimmes passiert, muss man doch bei den Turtles sein. Für einen Tag im internet. Für einen Tag. Ich bin mit Joselin. Ich bin mit einem ganzen Tag. Ja, also. Ein Tag.